ja moin so wollen wir mal wieder weiterspielen hier war zwar ordentlich verrotzt aber naja was soll's ist halt bald wieder das wetter ich habe wieder wobei mich diesmal angesteckt habe aber typischerweise habe ich sowieso immer meinen chronischen rotzen zum winter naja ach so ja das richtige laden sonst bringt das nix so ja jetzt haben wir hier die panzer am arsch kleben action ja schöne scheiße ich bin glaube ich ziemlich verkehrt gelaufen ne keine panzerfaust mit oh fuck ich laufe verkehrt ne ich bin ziemlich tot shit das war klar ich muss nämlich daneben irgendwie ins gebäude glaube ich kann das sein irgendwie sowas war's doch wie war das noch hier ja genau mach mich nochmal schön kalt hier scheiße ducken 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 eigentlich soll ich in die richtung aber ich meine mich zu erinnern da geht's nämlich in die hütte rein und er läuft einfach nicht schnell genug ne muss da in die hütte rein nämlich aber ich bin so tot dass ich das nicht mehr schaffe ne muss ich das irgendwie anders machen weil ich da miss gebaut habe vom speichern guck mal ich hab hier ein quicksafe müsste das hier sein ich komm da einfach nicht rein ne muss ich wohl nochmal ein stückchen nochmal ballern hier machen wir das nochmal ich muss ja nämlich gleich reinlaufen das ist das problem ich begrüße sie oh fuck ja genau jetzt sind wir hier nicht mehr vorwärts wöchzen komm schon auf lauf lauf dann geht es nämlich hier weiter erst mal n speicherpunkt setzen nicht dass er wenn ich wieder wandersfest klebe, selber ja komm wir benutzen die mal, ich glaub ich hab die noch gar nicht benutzt immer besser die Munition vom Feind zu benutzen, weil die bleibt immer übrig ja das war ein Health Pack hier ein bisschen Aufpuss dann, da war ein Tisch fest ah Booyah! Wow! Hat er anscheinend gefressen, oder? Na komm, trau dich noch mal! Bumm! Willst du noch mal, ja? Komm! Sack! Das gibt's ja nicht! Ja, bewegt euch! Das reicht's mir aber bald hier! Bisschen Säcken! So! Wie ging denn das jetzt weiter? Oh! Jungen! Oh, ist einer von meinen, okay! Ob das hier eine Bewand ist? Oder kam da einer von hinten? Guck mal nach vorne und gut, Depp! Ich glaub wir müssen den anderen Wagen jetzt nehmen, ne? Wow, wow, wow! Immer schön ruhig bleiben! Geben sie ihm Deckung! Hör doch! Warte doch! Warte doch! Warte doch! Warte doch! Warte doch! Warte doch! Ja, wo ist das? Ja, hoffentlich gleich Ruhe hier! oh shit der panzer jetzt gibt aber stoff hier jungen das geht ab auf kopfhörern total so dann gib mal stoff da ich weiß gar nicht kommen wir uns noch hinterher eigentlich oder ja nicht vielleicht kann ich da ein bisschen dämpfen in der bearbeitung jawoll gepackt kopfschuss habe ich früher glaube ich mal gemacht aus spaß und dann durfte ich noch mal ein stück spielen weiß gar nicht mehr ob das ging oder nicht oder habe ich es irgendwie geschafft obwohl es eigentlich nicht gehen sollte friendly fire mäßig so viel gespeichert alles klar bis zum nächsten mal wenn es wieder heißt COD 1